dass da irgendwas nicht stimmen konnte, das Schiff Elfriede und der Kapitän von diesem Schiff hat sein Boot, was ja auch mit Kindern beladen war, mit seinem Bug an unser Heck herangebracht, sodass wir, also ich, andere von der Elfriede, andere Helfer, in etwa so 10 bis 15 oder auch noch mehr Kinder auf dieses sichere Boot rüberheben oder tragen konnten. Inzwischen brennt das ganze Schiff. Damit sein Schiff nicht in Brand gerät, bricht der Steuermann der Elfriede, Bernd Langwald, seine Rettungsaktion ab. Ich stand auf dem Schiff und hinter mir brannte alles. Alles war, als wenn noch meiner hatte ich Angst und dann bin ich alleine runtergesprungen. Wie auf so einer Spitze stand ich und bin runtergesprungen. Meine Gedanken waren edel verbrennend, springst runter. Ich konnte noch nicht schwimmen. Ich wusste aber, wie die Bewegungen sind, was man da tun muss, wenn man ins Wasser kommt. Und als das Feuer hinten immer größer wurde, sprang ich dann doch rein und habe so gepaddelt, wie ich es geübt hatte und bin tatsächlich nicht untergegangen. Und dann hat man nur gesehen, wie erwachsene Personen die Kinder nehmen und sie aufs Fenster schmeißen. Die Kinder sind raus und dann hat sich die am Berghaus festgehalten. Berghaus ist am Schiff draußen, die Scheuerleiste, wie wir sagen, der Schiffer macht. Und da kann sich einer festhalten immer und die anderen haben sich dann hinten an den Füßen festgehalten. Ja, bis der musste loslassen, der hat das ja nicht mehr erhalten. Und dann, kluck, kluck, einer konnte vielleicht schwimmen davon und drei sind da trunken. Die Schreie waren so grauenvoll, das glauben sie sich auch nicht. Und dann die Kinder, die dann da runtergesprungen sind und manche noch brennend im Wasser gesprungen. Und naja, dann sind mehrere, darunter war ich dann auch gewesen, und sind dann drin gesprungen und sind dann hingemacht zu den Kindern. Weil die haben so gestrampelt und gezappelt und so weiter. Und dann haben wir da geholfen, die Kinder rauszuholen. Auch die Arbeiter, die an einer neuen Brücke über die Spree bauen, helfen ohne zu zögern. Und retten dadurch mehrere im Wasser treibende Kinder. Da hatte ich ein Mädel gehabt, das tat mir so leid, das hat die Haut in Fetzen runterjahren. Vom Rücken her, von der Brust her. Die war so zwölf Jahre, das hink alles hier so runter und die hat so schrien wie am Spieß. Aus der Perspektive, wenn man so als Kind im Wasser ist, sieht man ja nicht allzu viel, aber da kam ein Ruderkann. Das muss ein Angler gewesen sein. Der hat also ein, zwei Kinder, auch mich, aus dem Wasser gezogen. Dann weiß ich auch noch, dass neben mir ringsherum alles Menschen, als wenn sie sich irgendwo angefasst haben, als wenn neben ihnen immer irgendeiner. Aber ich weiß, ich bin auch dreimal hochgekommen, das weiß ich auch ganz genau. Ich könnte dann ertrunken sein können, bin es nicht. Bin aufgewacht auf so einen Kahn, wie groß und klein und vor mir hockte ein Mann. Wahrscheinlich haben sie Widerlebungsversuche oder irgendwas gemacht. Und der guckte und ich guckte auch, was er gesagt hat, das weiß ich auch nicht mehr. Und da war ich wach. Es sind Kinder gewesen, die man hätte noch retten können, aber die konnte man nicht retten. Die haben sich allein geklammert. Und dann haben sie mit den Füßen weggestoßen. Weil sie ja, wenn sie dann jemanden an den Füßen haben und die klammern sich so fest, sie gehen ja mit unter. Sie können ja nicht mehr irgendwie was machen. Und dann sind sie dann, da wusste man eben, ob man wollte oder nicht. Und das hat wehgetan. Das hat super wehgetan, können Sie glauben. Na ja, wirklich. Anwohner alarmieren Feuerwehr und Rotes Kreuz. Etwa 15 Minuten später trifft der erste Löschzug aus Lichtenberg am Strahlauer Ufer ein. Mit dabei ist der junge Feuerwehrmann Klaus Apitz. Wir waren die Ersten, es war nichts weiter da. Und ein Haufen verletzte Kinder, die sahen nicht gut aus. Und ein Geschrei und, na also, Tumult, Chaos. Die brennende Heimatland treibt unterdessen auf das Strahlauer Ufer zu. Wir haben sofort als erstes das Löschfahrzeug, wo wir auch Verletzte mit transportiert haben, die vollgeladen, auf der Krankentrage eingehangen, hatten wir eine Frau, es muss eine Lehrerin gewesen sein, und auf der Bank saß auch noch ein Lehrer mit. Die Frau selbst war unwahrscheinlich unter Schock, schlug um sich, Ich traf natürlich die Kinder auf ihre verbrannten Arme und Köpfe und alles. Ich musste also doch, ich hab sie angeschrien. Und mir blieb nichts weiter übrig. Und siehe, da hat auch gewirkt, der Schock irgendwie, ein Schock auf den anderen drauf, so ungefähr, hat funktioniert. Da saß auch noch ein Junge bei denen, ja, ich auch heute immer noch, der schrie immer, meine kleine Schwester, meine kleine Schwester. Die war weg. Auch einige Boote der Ostberliner Wasserschutzpolizei erreichen den Unglücksort. Mir hat aufgefallen, dass sie wunderbar blütenweiße Jacken anhatten. Und sich eigentlich körperlich, ich möchte jetzt niemals was unterstellen, aber nicht mit dem Kopfsprung rein und haben mich gerufen, sondern sie haben nur vom Boot aus versucht zu retten. Die haben nur das, was sie kriegen konnten. Als wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie hätten eine Kriegstücke gehabt, so, was hat sie vom Boot gekriegt haben. Also, reingesprungen sind die nicht, also. Nur eine schnelle Hilfe kann den Ertrinkenden Rettung bringen. Die Teilung der Stadt aber in Ost und West macht das unmöglich. Es hat alles ein bisschen sehr spät funktioniert. Weil in der Westberliner Seite war die Reichenberger Straße, die Feuerwache. Und die wären innerhalb von sieben Minuten dort gewesen. Und Westberliner Wasserschutzkollegen oder Kameraden, die saßen in ihren Booten rettungsbereit. Und unsere Wasserschutzpolizei kam aus Baumscher Weg oder aus der Littenstraße, beziehungsweise Schöner Weide. Und das hat sich alles ein bisschen hingezuhört. Schwere Vorwürfe treffen die Verantwortlichen des Einsatzes. Vor allem, als später bekannt wird, dass Hilfsangebote aus dem Westen aus politischen Gründen abgelehnt wurden. Da sind extra Polizeibote gewesen, die gesperrt haben. Die haben gesperrt. Die sind quer zur Brücke gestanden und haben gesagt, sie brauchen keine Hilfe, weil ihre Feuerwehr da war. Denn die war ja schon fleißig am Löschen. Und das geht ja dann mit diesen Feuerbooten dort ziemlich schnell mit dem Wasser, was sie dann da aus dem Rohr schießen. Jedenfalls haben sie sie nicht hingelassen. Kinder, die nur leicht verletzt sind, werden in die Polyklinik des nahen Elektroapparatewerkes gebracht. Der leitende Arzt erkennt das Ausmaß der Katastrophe und alarmiert sämtliche Krankenhäuser der Umgebung, damit sie sich auf die Aufnahme einer großen Anzahl schwer verletzter Kinder vorbereiten. Auch die Kreuzberger Krankenhäuser am Urban und Betanien. Doch die Westberliner Kliniken wollen nur Kinder aufnehmen, deren Eltern bei einer westlichen Krankenkasse versichert sind. Alle 63 Verletzten werden daraufhin in Ostberliner Krankenhäuser gebracht. Dort hat man uns in die Chirurgie gebracht. Dort wurden wir versorgt. Und ich erinnere mich noch, wie diese ganzen Hautfetzen abgeschnitten wurden. Die wurden richtig abgetrennt. Und darunter war das rohe Fleisch. Das wurde irgendwo verbunden und mit Salben versorgt. Die Rettungsaktion ist abgeschlossen. Alle lebenden Kinder sind geborgen. Das Wrack der Heimatland liegt ausgebrannt am Ufer. Das Löschboot machte sich fertig zur Suchaktion. Und wir haben uns gekoppelt mit einem Wasserschutzboot und haben dann eine Suchleine gespannt. Eine Suchleine ist eine etwa 15 bis 20 Meter lange Leine, wie eine Fangleine eben. Da sind in regelmäßigen Abständen kleine Anker dran, Drahtanker, völlig spitz. Diese Leine wird dann wie so ein Schleppnetz eben durchs Wasser zwischengezogen von diesen beiden Fahrzeugen. Wir haben sie dann mehrmals eingeholt und haben auch gleich mehrere Kinder rausholen können aus dem Wasser. Noch am selben Vormittag verhaftet die Polizei den Schiffseigner Erich Weise, der unter Schock steht. Im Verhör, das sich bis tief in die Nacht hinzieht, erklärt er, dass er nach der Explosion in Panik geraten sei. Er habe sich auf ein Boot gerettet und von dort aus 20 Kinder aus dem Wasser gezogen. Die Kriminalpolizei untersucht auch, ob es sich bei dem Unglück um einen westlichen Sabotageakt handelt. Der aus West-Berlin stammende Walter Krüger wird in seiner Ost-Berliner Werkstatt verhaftet. Er scheint besonders verdächtig. Mein Vater hat ja jemandem während der Verhaftung gesagt, dass er ihm leidtut, denn er hat ja niemanden, der seine Hände über ihn hält, weil er aus West-Berlin ist und weil er nicht Mitglied einer Ost-Organisation ist. Und deshalb brauche ich keine Hoffnung machen, dass er hier rauskommt. Am Nachmittag unterrichtet ein geheimes Telegramm und der Feuerwehr über das Ausmass des Unglücks. Motorboot Heimatland, besetzt mit ca. 120 Kindern der Ferienspiele Berlin, total ausgebrannt. Eine grössere Anzahl Kinder von Privatpersonen gerettet. Bisher zwei Frauen, 13 Mädchen und acht Knaben tot aus dem Wasser geborgen. Zwei weitere Knaben im Motorboot verbrannt. Während Ost-Berlin eine Nachrichtensperre verhängt, der auch die Krankenhäuser unterliegen, meldet der West-Berliner Rias das Unglück noch am Vormittag. Die Nachricht verbreitet sich schnell, in ganz Berlin. Es kam über Rundfunk. Dass ein Schiffsunglück ist in Treptow und davon Kinder auf dem Dampfer betroffen sind, und daraufhin haben meine Eltern sich versucht zu erkundigen, sind nach Treptow gefahren, wurden aber nicht ran gelassen. Viele Eltern fahren nach Treptow. Niemand weiß, welche Kinder sich tatsächlich auf der Heimatland befunden haben. Auch die Angehörigen von Angelika Sell machen sich auf die Suche. Rias war, stand meine Oma und meine Mutti stand im Treptow. Und die gehört hat sie frühmorgens im Radio. Und da hat sie sämtliche Krankenhäuser angerufen, und da waren wir nicht bei. Und deswegen sind die schon jeder auf dem Bahnhof um. Naja, und da war das auch schrecklich. Da haben uns welche am Arm gegriffen. Wo ist meine Tochter? Wo ist mein Sohn? Naja, wussten wir ja nicht. Auch die Eltern von Anita und Brigitte Karras machen sich Sorgen. Doch die beiden waren gar nicht auf der Heimatland, sondern auf einem anderen Ausflugsschiff. Und da sind wir nach Hause gekommen. Und auf einmal stand meine Mutter auf der Straße und auch mein Vater. Und die kam uns schon entgegen. Und meine Mutter hat so geweint, uns in die Arme genommen und hat gesagt, Gott sei Dank, ihr lebt, ihr lebt. Berlin, Kastanienallee. Hier befindet sich die 3. Hilfsschule Prenzlauer Berg. Ihre Schulleiterin ist Elisabeth Schmidt. Ich sehe über unseren Schulhof einen Schüler von mir kommen. Den kleinen Günther. Ich war verwundert und sagte zu meiner Sekretärin,